Du hörst Hoffnungsbördschaf mit Walter Niefeld. Manchmal dort, wo wir wohnen, wir wohnen vielleicht unter spanischen Menschen, oder unter den Indianern, oder diejenigen, die da sehen, wir haben alles verloten, und Jesus sagt, wer wird verlotenhaft, wer wird abgegeben, weil sie mich nur folgen hat, oder wer in diesem Evangelium, der wird dort abdessen ihr hundertmal treten, mit Verfolgung. In einer Ewigkeit, dort, auf ihr leben, ist dort nicht wunderbar, aber das gehört, wenn wir dort ganz lesen, die Beifahrt, eigentlich, die Menschen sagen, nee, ich will nichts dafür haben, weil es Jesus nur folgen, das ist hier gelogen, oder weil wir das haben, was wir tun haben, was wir tun haben, was wir tun haben, Wenn ich Ackere, in dem Beispiel, planten, dann sage ich, weil ich eine Ernte habe, sag ich, was du eine Ernte habe, oder wenn du feist, sagst du das, was du feist, dass du morgen vertreiben kannst, das ist ganz klar. Aber, und Jesus sagt, wer mir noch falsch, der wird auch belohnt worden, der Christen sind gehalten. Aber, sagst du, und auf dieser Erde ist die Notfalle, wir kreieren den Sehen mit Verfolgung. Das heißt, wir wollen den Sehen von Gott schreifen, auch auf dieser Erde gesehen sein, aber wir wollen auch die Träubels, auf dieser Erde erleben. In einer Ewigkeit, dann wollen wir für immer beantreten sein. Herr, ich danke dir, dass du das so klar untersprochen hast, an deinem Wort, was der Lohn ist, wenn wir die noch folgen. Dass sich das lohnt, alle ab dieser Erde, für all das, was du uns jährst, auf dem Weg, auch wenn wir Verfolgung leben möchten. Und dann, Herr, weite, dass unsere Zukunft für die ganze Ewigkeit bei dir ist, aber das ist wunderbar, Herr Jesus. Wir loben, preise dich in deinem Namen. Amen. Warte, am nächsten Mal, mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde, am Mundo de hoy. Töp, möchtest du den Namen Jesu gerade schreiben über Paraguay in der Welt. Kontakti uns in info arroba jesusresponde.com